Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Nico Doppensalbens. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Zauberei. Hallo, heute ist jetzt ein Zaubertrick. Viel Spaß mit meiner Zauberei. Hm? Gut. Gut. Und hier haben sie ein magisches, schwarzes Tu. Und ein Chip, wo ein Geist abgebildet sich. Ja? Den Geist kann ich euch zeigen. Den überdecke ich zu. Und jetzt kann man den Geist rufen. Geist zeige dich. Geist zeige dich. Geist zeige dich. Geist zeige dich. Oh. 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 Und. 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 Wenn ihr euch direkt gefallen habt, Daumen nach oben. Schön. Ciao. 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 Vielen Dank.